Kennst du diese 6 Lebensmittel, die niemals verderben? Nummer 1, der Reis. Die Körner sind so unglaublich trocken, dass Schimmel hier einfach keine Chance hat. Die Ausnahme bildet der braune Naturreis. Der kann verderben, weil da einfach mehr Fett drin ist. Nummer 2, Zucker. Der ist unverwüstlich, weil er Bakterien und Pilze sofort jegliches Wasser entziehen würde. Und damit sind wir auch schon bei Nummer 3, dem Honig. Der besteht nämlich zu 80% aus Zucker. Den kannst du auch ewig essen. Irgendwann setzt er vielleicht solche kleinen Kristalle an, die verschwinden aber sofort, wenn man ihn kurz erwärmt. Auch ewig haltbar, Nummer 4, Butterschmalz. Das liegt am geringen Eiweiß- und Wassergehalt. Und überhaupt klar, Wasser. Die Nummer 5, der ewig haltbaren. Auf den Flaschen steht zwar häufig ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das bezieht sich aber nicht auf den Inhalt, sondern auf das Plastik drumherum. Ähnliches gilt für Nummer 6, Konserven. Die sind sowas von luftig, dass drinnen einfach nichts schimmeln kann. Es sei denn, die Hülle gibt nach, dann macht der Ross dem Schimmel die Tür auf.